Kommen wir nun zur Geschäftsmöglichkeit im Centurion Club. Wir sind eines der erfolgreichsten Teams im BitClub und unterstützen unsere Partner unter anderem durch diese Informationsvideos. Wie kannst du nun als Mitglied des BitClubs gleich in mehrfacher Hinsicht profitieren? In diesem Video möchten wir dir deine Möglichkeiten aufzeigen. Es ist uns gelungen, ein extrem lukratives Provisionsmodell auf die Beine zu stellen. Dieses finanzieren wir aus einem Großteil der Rabatte, die uns die Herstelle unserer Mining-Hardware aufgrund unserer stetig wachsenden Nachfrage gewähren. Die Aktivierung eines Mitgliedskontos kostet einmalig 99 US-Dollar. Nun stehen dir drei verschiedene Mining-Pools zur Auswahl. Pool 1 kostet 500 US-Dollar und wird mit drei Credits im Provisionsplan bewertet. Pool 2 kostet 1000 US-Dollar, beinhaltet doppelt so viel Rechnerleistung und wird mit sechs Credits bewertet. Pool 3 kostet 2000 US-Dollar, beinhaltet viermal so viel Rechnerleistung wie Pool 1 und wird mit zwölf Credits bewertet. Der Gründer-Pool beinhaltet einen Anteil aller drei Pools, kostet 3500 US-Dollar, wird mit 21 Credits bewertet und garantiert vom Start weg maximale Provisionsauszahlung. Für jeden Pool-Anteil werden physisch Rechner vom BitClub gekauft, welche in eine unserer Mining-Farmen integriert werden. Es gibt fünf verschiedene Vergütungsarten in unserem Provisionsplan. Der Level-Up-Sofort-Bonus beträgt 5 bis 8 Prozent. Der Cycle-Bonus bezahlt Bitcoins im Wert von 200 US-Dollar pro Cycle. Der Matching-Bonus zahlt Bitcoins im Wert von 10 US-Dollar pro Cycle eines Team-Mitglieds sowie Generations- und Infinity-Boni. Der Level-Up- oder Sofort-Bonus bezahlt 5 bis 8 Prozent auf den Einkauf neuer Pool-Anteile der Partner deines Teams. Die automatisierten Nachkäufe von Teilanteilen werden sogar mit bis zu 18 Prozent verprovisioniert. Der Cycle-Bonus wird alle 24 Stunden ausgezahlt und macht einen extremen Anteil deines Einkommens aus. Die Grundlage für unser Club-System ist ein binärer Strukturaufbau. Jedes Konto hat also die Möglichkeit, lediglich ein weiteres Konto jeweils im linken wie im rechten Ballen zu positionieren. Diese wiederum haben ebenfalls nur die Möglichkeit, ein weiteres Konto links wie rechts zu positionieren. Jedes Konto unterteilt sich somit in ein linkes Team und ein rechtes Team. Sobald sich 15 Credits, was einem Poolwert von 2.500 US-Dollar entspricht, im linken wie im rechten Team aufgesammelt haben, wird am Ende der Abrechnungsperiode von 24 Stunden der Cycle mit 200 US-Dollar abgerechnet. Da die weltweiten Umsätze endlos tief links wie rechts in dein oberes Konto laufen, können bei strategischem Aufbau relativ schnell mehrere Cycle täglich pro Konto abgerechnet werden. Bereits vom ersten Tag an können pro Konto bis zu 4 Cycle täglich verdient werden. Durch Aufstieg im Karriere-System kann die Anzahl der Cycle pro Konto auf bis zu 10 erhöht werden. Somit sind sogar bis zu 2.000 US-Dollar täglich alleine im Cycle-Bonus pro Konto möglich. Da der BitClub es den Mitgliedern erlaubt, beliebig viele Konten selber zu betreiben und du keinerlei monatlichen Qualifikationen erfüllen musst, um deine Provisionen zu erhalten, kannst du durch strategische Platzierung mehrerer Konten dein Einkommen beim gleichen Umsatz vervielfachen. Nun zeige ich dir ein optimales Beispiel. Du aktivierst dein erstes Konto 1. Dieses wiederum sponsert sich nun selber zweimal, einmal links und einmal rechts. Somit gehören dir nun drei Konten. Jetzt lässt du deine beiden unteren Konten 2 und 3 jeweils noch zwei weitere Konten aktivieren, jeweils eines links und eines rechts, Konto 4 und 5 und die Konten 6 und 7. Somit hast du dir sieben eigene Konten positioniert. Nun beginnst du, weitere Clubmitglieder zu involvieren. Unsere Videos erleichtern dir die Arbeit dabei ungemein und du beschränkst dich lediglich auf die Informationsweitergabe. Durch den Teamaufbau entstehen nun Umsätze, welcher wie folgt Provisionsauszahlungen initiiert. Nehmen wir an, du positionierst acht neue Clubmitglieder mit 15 Credits, jeweils links und rechts unter deinen untersten Konten 4, 5, 6 und 7. Da du in diesen vier Konten nun 15 Credits links und 15 Credits rechts stehen hast, verdienst du in jedem dieser vier Konten 200 US-Dollar. Deine Konten 2 und 3 haben allerdings jeweils 30 Credits links und 30 Credits rechts, verdienen also jeweils zwei Cycle, sprich 400 US-Dollar pro Konto. Dein Konto 1 hat 60 Credits links und 60 Credits rechts und verdient somit vier Cycle, sprich 800 US-Dollar. Du siehst also, deine drei oberen Konten verdienen Geld, obwohl diese aktiv nichts gemacht haben. Der strategische Aufbau und das Verständnis für das System kann dir im BitClub also deine Provisionen vervielfachen. In unserem Beispiel wurde zusätzlich noch Sofortbonus von mindestens 1000 US-Dollar sowie 80 US-Dollar Matching-Bonus verdient. Alles in allem rund 3.500 US-Dollar Einkommen bei gekauften Rechnern im Wert von 20.000 US-Dollar. Die systembedingten automatischen Zukäufe weiterer Teilanteile bringen dir nun weitere jahrelange Folgeprovisionen. Die Einzigartigkeit unseres Club-Systems zeichnet sich speziell aus durch einmaliges Investment, keinerlei monatliche Kosten oder Qualifikationen sowie lebenslangem Aktivstatus. Nichts ist stärker als die Empfehlung eines zufriedenen Kunden. Die Anonymität des Bitcoin gepaart mit der Anonymität des Internet und die Kraft der Mund-zu-Mund-Propaganda eröffnet dir heute ein noch nie dagewesenes Geschäftsmodell. Nach nur 16 Monaten verdient unser Team bereits Bitcoin im Wert von über 2 Millionen US-Dollar pro Monat wohlgemerkt. Jeden Tag entdecken Hunderttausende begeisterter Menschen die phänomenalen Möglichkeiten in der neuen Welt der digitalen Währungen. Mit deinem Engagement im BitClub kannst du nebenbei ein paar Tausend US-Dollar oder in Vollzeit tatsächlich unvorstellbare Summen generieren. Gerne laden wir dich ein, nun eines unserer Live-Webinare zu besuchen. Hier belegen wir live durch Bildschirmübertragung die Ergebnisse in unseren Konten. Den Direktlink zum Webinar findest du unter www.zenturium-club.net. Werde jetzt Partner im BitClub, indem du den Anweisungen zur Eröffnung deines E-Wallets und deiner BitClub-Konten folgst. Wir freuen uns, dich im Team begrüßen zu dürfen und garantieren dir maximale Hilfe beim Aufbau deines Geschäftes. Welcome home! What?